Ich habe gestern die MGA gegründet. MGA ist das Akronym für mündige Golfamateure. Ich habe mir vorgenommen, mündige Amateure nach meinem Curriculum zu Golflehrern auszubilden. Seit 20 Jahren versuche ich meine Schüler zu Golflehrern für sich selbst auszubilden, aber in drei Stunden gelingt das meist nicht vollständig, denn oberste Priorität hat natürlich das Korrigieren der Fehlschläge. Wie alle Golfer wissen, unterrichten viele aber nicht nur sich selbst, sondern Ehemänner auch ihre Frauen, Väter ihre Kinder, Handicap 53 Spieler alle 54er und langjährige Golfer unterrichten die, die noch nicht ganz so lange Golf spielen. Manchmal reicht es auch, dass einer den ersten Abschlag auf die Bahn bekommt und seine Mitspieler nicht und danach hagelt es dann Tipps. Wenn wir ehrlich sind, läuft es meist so und es ist egal, ob die Golflehrer sich auf den Kopf stellen oder rot anlaufen und ich glaube, die Frage lautet nicht, ob sich Amateure selbst und gegenseitig unterrichten, sondern nur wie. Und ich finde, dann noch lieber mit einem funktionierenden Plan als ohne. Die MGE-Ausbildung ist aber auch für die interessant, die sich nur selbst unterrichten wollen. Vielleicht, weil sie geborene Autodidakten sind oder weil sie noch keinen Golflehrer gefunden haben, der ihnen helfen konnte. Ich habe in meiner Zeit bei der PGA ca. 50 Lehrlinge ausgebildet und ich bilde mir ein, deshalb zu wissen, wovon ich spreche. In der ersten Woche der Ausbildung am Vlesensee habe ich immer einen Crashkurs abgehalten, in dem ich von morgens bis abends darüber referiert habe, was es aus meiner Sicht zu wissen gibt, um Golfern schnell zu geraden und langen Schlägen zu verhelfen. Manche meiner Lehrlinge haben in dieser Woche zum Thema Golfunterricht mehr gelernt als in dem ganzen Rest der Ausbildung. Der Großteil der Ausbildung besteht für Lehrlinge auch meist darin, sich um ihr eigenes Spiel zu kümmern, damit sie den PAT bestehen oder sie beschäftigen sich mit Themen eben für die Prüfung wie Golfgeschichte, Schlägerreparatur, Platzbau und Platzpflege, Management, kaufmännisches Wissen für den Pro-Shop, Turnierorganisation und so weiter. Außerdem hat dann zum Beispiel bei uns im Golfclub der Manager natürlich entschieden, dass er die Lehrlinge hin und wieder auch an der Rezeption einsetzen muss, im Pro-Shop, im Sekretariat, manchmal auch im Greenkeeping, denn die Ausbildung bei der PGA kostet den Club knapp 10.000 Euro und die wollen verständlicherweise refinanziert werden. Jetzt lautet die Frage, braucht es denn eine weitere Organisation? Denn die PGA bietet doch eine Golflehrerausbildung an oder der DGV bietet eine Trainerausbildung an. Die MGA ist aber keine Konkurrenz für die PGA, denn die PGA bildet nur Professionals of Golf aus und keine Golflehrer. Und in der Trainerausbildung, also diese A-, B-, C-Trainer-Ausbildung, in der geht es auch nicht darum, dem Hobbygolfer schnell zu geraden und langen Schlägen zu verhelfen, denn da geht es zum Beispiel häufig darum, dass der angehende Golftrainer lernt, wie sich ATP in den Muskeln bildet, wie man Laktattests interpretiert oder wie man eine zweigipflige Jahresperiodisierung für Leistungsgolfer konzipiert. Er lernt außerdem, welche Aufwärmübungen mit Jugendlichen sportwissenschaftlich abgesichert sind und als pädagogisch wertvoll erachtet werden können. Individuelle Technikkorrekturen sind in der B- und C-Trainer-Ausbildung verpönt. In der MGA-Ausbildung können viele also genau das lernen, was sie am meisten interessiert. Und das in einer sehr kurzen Zeit und deshalb vergleichsweise günstig. Also, wann geht es los und wie geht es los? Wahrscheinlich wird es im Oktober die ersten Seminare geben, fünf Tage lang von Mittwoch bis Sonntag. Und im Winter werde ich das MGA-Unterrichtshandbuch fertigstellen, in dem es um Golfschwung-Technik, Fehlerkorrekturen, Psychologie und Didaktik geht. Vor 15 Jahren habe ich ja schon das PGA-Teaching-Manual geschrieben, zur Technik eben und zur Didaktik. Aber das ist inzwischen ganz schön in die Jahre gekommen und wird von der PGA sowieso nicht mehr verwendet. Also ist es Zeit für eine Neuauflage. Wer Interesse hat und Informationen zugeschickt bekommen möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten an MGA, also M-G-A at Heuler.de. Nach meiner gestrigen Ankündigung auf Facebook habe ich schon über 50 Mails bekommen und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass diese Aktion kein Rohrkrepierer werden wird. Und zehn von den Interessenten waren tatsächlich sogar Professionals. Denn dieses Amateur in MGA bedeutet nicht irgendwie dilettant oder kostenlos, sondern Amateur heißt einfach nur aus Liebe an der Sache. Soviel für heute. Angenehmen Tag. Gruß zu Hause. Gruß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017